Das kommende Album von Rammstein trägt den Titel Zeit. Das Album erscheint voraussichtlich am 29. April über das Label Vertigo. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.